Und 3, 2, 1 und GO! Fünfeinhalb, das Ding kommt so krank, jetzt bricht die Hölle los. Könntest du es dir kaufen? Oh nein, vollständig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riccardo und Gregor testen. Heute im Audi 50. Aber der ist nicht Serie. Also wie man unschwer erkennen kann, ist der Motorraum minimal modifiziert worden. Also das gesamte Aggregat wurde vollständig verändert. Heißt, wir haben eine veränderte Ansaugung, zwei Doppelwebervergaser. Wir haben eine veränderte Krümmeranlage. In diesem Fall ist das eine vollständige Fächer-Krümmeranlage, die dann nochmal für ein bisschen mehr Leistung sorgt. Wir haben eine veränderte Steuerung. Wir haben also einen veränderten Einlass und Auslass, Auslass und Einlasssteuerung. Weil hier ist nichts 0815. Ja, jetzt hast du genug geredet. Wie viel fährt es denn spitze? Das ist eine Frage, die müssen wir in einem Live-Test klären. Es dröhnt und es scherpackt. So, bin ich dumm. Hi, Lucia. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn finden. Dort findet ihr jede Woche Posts und Reels und kleine Videos zu unseren Autos und Motorrädern. Besondere Einblicke in unsere tägliche Arbeit.